Blühende Gärten unterm Hallendach. Am Freitag werden die Oldenburger Gartentage in den Weser-Ems-Hallen eröffnet. Rund 12.000 Besucher werden am Wochenende zu der Messe erwartet. Die Gäste können sich auf eine Vielfalt von Gartenthemen auf einer Fläche von 6.500 Quadratmetern mit rund 70 Ausstellern freuen. Viel Wissenswertes versprechen die Gartentage zu den Schwerpunktthemen Garten und Gestaltung, Technik, Pflanzen, Ausstattung, Möbel, Dekoration und Genuss aus dem Garten. In Halle 3 erwartet die Besucher der Vortragsbereich. Fachleute referieren zu unterschiedlichen Themen, erklären Trends und geben Tipps zu technischen Entwicklungen.